was ist denn ok das mache ich jetzt ja hier ist es werfen ja ok pass auf ich werde sie in die richtung guck ich stelle mich hinter dich und werf es in die richtung und los ich glaube Apollo war diesmal schneller Cosmo soll ich noch mal werfen ja ok aber ihr müsst euch schon ein bisschen schneller bewegen ich meine das ist hier kein Spiel ja das ist hier Profisport ok pass auf ich werf es jetzt in Katzen gucken 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 hier und los Apollo das war nichts zurückbringen ist nicht oder nein nochmal ok gucken gucken Ball Cosmo guck den Ball an und los bist du bereit und los na für Apollo war es diesmal nicht so schwer